Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Informationsvideo. Und zwar ist dieses Video nur dafür da, euch ein ganz bestimmtes Achievement zu erklären und zu zeigen. Und zwar, gucken wir uns das jetzt mal an, hier bei den Erfolgen. Ich habe das schon gemacht, das ist zufällig passiert und zwar Vox Populi. Eingesetzt mit der Unterstützung eines Agitators beschließen. Ja, wie geht das Ganze? Wir sind mal hier in Frankreich, let's play. Und wir machen mal Pause hier. Und es ist folgendermaßen. Einer der Agitatoren hier, genau, dieser Mensch mit diesem unfassbaren lauten Tusch, Maxime Luneau, der möchte ganz gerne Autokratie beschließen. Ja, na gut. Was macht man also? Man geht hier hin, in die Gesetze und verklickt sich, geht in die Klassenwahl und klickt hier auf Autokratie in dem Fall. Also das möchte der eben. Und dann setzt man das einfach durch. So, also das heißt, man lässt es dann quasi, also man klickt da drauf, dann kommt halt ein ganz normaler Gesetzesding, ihr kennt das ja. Und dann, wenn das durchgelaufen ist, kriegt ihr eigentlich Vox Populi. Das ist es eigentlich schon. Also kein großer Zauber. Ich wollte es nur ganz kurz erklärt haben für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, wie es funktioniert. Ja, und das Ganze halt am Beispiel von Frankreich, es ist etwas, was einfach nebenher läuft. Und ihr seht ja auch hier, es ist in der Abteilung einfache Erfolge. Ja, das könnt ihr einfach so machen. Gut, das nur als kleine Information von mir für euch. Wenn ihr Interesse habt an allen anderen Achievements, schaut mal unten in der Liste nach. Also einmal hier in der Liste unter dem Video aufklappen. Da seht ihr alle Erfolge, die ich bis jetzt in Let's Place gemacht habe. Und das ist nicht einmal für Italien, für Deutschland, für Schweden und jetzt für Frankreich, wenn da welche dazukommen würden, so langsam mal. Ja, und die Einzelnen, wo ich bestimmte einzelne Achievements nur so mache und euch dann am Ende kurz zeige in 5 bis 10 Minuten, wie habe ich das geschafft, damit ihr das nachmachen könnt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche einen schönen Tag und wir sehen uns in einem weiteren Video oder einfach im Frankreich Let's Play, was ich jetzt weiter aufnehmen werde. Macht's gut, bis dann.